früh aufstehen ist vielleicht nicht jedermanns sache für uns persönlich ist es eine lebenseinstellung denn wir sind gern schon wach bevor die sonne darüber nachdenkt und arbeiten dabei am schönsten ort der welt in unserer heimat für sie und ihre angehörigen unser herz schlägt für die pflege denn wir schreiben persönliche betreuung groß und das seit über 21 jahren 24 stunden lang 365 tage im jahr das ist schneider pflege wofür wir stehen für nicht weniger als pflege dienstleistungen auf höchstem niveau im mittelpunkt stehen dabei unsere drei kernbereiche ambulant intensiv und wohnen im ambulanten pflege dienst kümmern wir uns vor ort um ihre angelegenheiten zuverlässig wertschätzend und respektvoll denn unsere kunden sind weder zahlen noch patienten sie sind menschen mit lebensgeschichten so individuell wie ihre bedürfnisse und genauso einfühlsam werden sie auch von uns behandelt kann die menschen einfach helfen und auch immer wieder die dankbarkeit ist für uns denke ich mal alle einfach der antrieb der uns das täglich machen lässt unsere spezialisten aus der pflege logopädie sowie physio und ergotherapie kümmern sich in der intensivpflege um die kleinen und großen herausforderungen dauerhafter medizinischer betreuung ob im häuslichen umfeld oder in einer unserer wohngemeinschaften all das mit herausragender qualität und fachkompetenz dass man erfolge erzielt und eben auch teilweise in die häuslichkeit entlassen kann ist das wohnen in den eigenen räumlichkeiten nicht mehr möglich sorgen wir mit unseren seniorenresidenzen in rostock und elmenhorst für eine unterkunft mit hoher lebensqualität eine fortlaufende betreuung und die dauerhafte besuchsmöglichkeit garantieren wohlfühlen und sicherheit zugleich außerdem werden mit den bewohnern ausflüge zum beispiel zum zoo oder dem strand unternommen dass vieles gemacht wird beschäftigung sport ja dass man sich auch mir gibt kleinere veranstaltungen zu organisieren bingo das macht wahnsinnig spaß natürlich ist es auch unsere erfahrung die ihnen kompetente unterstützung ermöglicht vor allem aber sind es unsere kolleginnen und kollegen die als menschen jeden tag ihr bestes geben und ihre leidenschaft vor ort einbringen auch für sie sind wir gern unterwegs wir freuen uns auf ihren kontakt wir sehen uns auf jeden Fall